Ja, rap, meine lieben Freunde. Ich bin wieder hier. Er ist wieder da. Und ich bin wieder hier. Und wir sind beim, glaube ich, 38. Pre-Order-Recap. Richtig. Wenn ich mich nicht ganz verzählt habe, ich zähle ja mal brav. Halt, stopp. Dein Mikro ist an, ja? Passt. Ich habe alles kontrolliert vorher. Ja, wir schauen wieder rein, was es Neues gibt. Ganz kurz vorweg, ultra wichtig für euch alle da draußen. Wir sind nächsten Samstag auf der Unicon in Wien. Deswegen wird nächsten Sonntag kein normales Unboxing kommen, sondern wieder ein Convention-Video. Was genau, wissen wir selber noch nicht genau. Da ist immer noch am Diskutieren, ob wir wieder so ein Standard-Convention-Video machen oder das Ganze ein bisschen auf Vlog aufbauen. Genau. Wir haben uns aber auch noch ein Special-Video für die Convention überlegt. Aber dazu dann später mehr. Richtig, weil jetzt haben wir Recap. Genau. Und somit hätte ich gesagt, start nochmal, oder? Ja, legen wir los. Ja? Warte. Los geht's! Der Schrei, das ist sicher übersteuert. Das ist mir wurscht. Ich war schon so lange nicht mehr da. Ja, der hört sich ja nicht mehr an. Ja, was schaust du jetzt nach? Ich tue mir ein bisschen vorbereiten. Ja, aber es geht schon los. Ja, ja. Wir haben aufgehört hier bei den Slam Dunk-Johnnies und gehen jetzt auf die Boa vielleicht, ha? Die Boa geht immer. Gut, dann gehen wir jetzt auf die Boa. Und die Boa gibt es in Weiß. Boah, cool. Und in normaler Version. Es kommen ja in letzter Zeit wieder sehr, sehr viele Boas raus, kommt mir vor, gell? Ja. Garbs sind jetzt auch wieder rausgekommen. Garbs. White and Red Clothes Versionen. Jo. Oh, in der Red Clothes Version kriegt man die Statue mit den roten Kleidern. Und ich bin weiß mit weiß. Gut, zur Höhe. 30 cm x 21 x 24. Ist halt Pop Scale, glaube ich. Oder? Ich stelle mich, was für ein Pop? Pop Max. Okay, also normale Größe. Ist dann auch 1 zu 6. Das ist halt ganz cool, weil die Schlange dabei ist. Ich finde generell, so finde ich gar nicht so schlecht. Ihr Gesicht gefällt mir nicht so. Boah, komplett gelangweilt, die Dame. Also sie hat ja zwischendurch so einen Blick drauf. So ein bisschen gelangweilt eben. Aber so 100%ig bin ich nicht überzeugt. Mir taucht am her, entweder ihr böser Blick oder ihr arroganter. Aber das ist jetzt nicht schlecht. Die Statue, aber nicht wirklich meins. 2,45 soll das Gutesstück kosten, kommt in Quartal 1 2025 raus und kostet. Ja, das glauben wir auch noch die. 40 bis 80 US-Dollar. Das glauben wir auch noch die. Das stimmt ja sowieso. Ich warte nämlich noch immer auf Sachen vom Quartal 2. Es kommt einfach nichts mehr daher. Ich halte das nicht mehr aus. Armer kleiner Bub. Ja, wirklich. Gut, das zur Boah. Den Gab hatten wir letztes Mal schon. Interessiert mich nicht so. Mag ich mal? Ja. Mag ich mal geht immer. Ich muss auch sagen, mir gefällt die Mag ich mal sehr gut. Aber sie ist halt in 1 zu 4. Ah ja, schon. Boah. Mit 1 zu 4 gefällt mir nicht so gut. Schau mal gleich mal das Gesicht an. Das ist immer sehr wichtig. Mag immer. Find ich schon. Ja, aber fast ein bisschen zu freundlich, oder? Ist doch nett, wenn sie freundlich ist. Ja, aber sie ist nicht freundlich. Doch. Manchmal schon. Zu mir ist sie immer freundlich gewesen. Ja, so. Ich kenne sie persönlich. Wo? Ich bin nicht der, der da unten liegt. Na? Na? Ich bin der, der zu Hause auf sie wartet. Mami? Jetzt hat er komplett den Verstand verstanden. Bisschen zu viel Isopropanola gewischt, oder? Na, also ich finde sie so eigentlich ganz cool. Ich finde die Base recht cool. Leider halt eben in 1 zu 4. Sonst finde ich sie gut. Na, so im Großen und Ganzen. Sie schaut echt cool aus. Auch mit der Base und so. Hast du recht. Aber nein, das Gesicht sagt man nicht so zu. Also es ist schön gemacht. Aber ich finde, der Gesichtsausdruck an sich, der ist mir zu nett. Ich finde für 369 US-Dollar, finde ich, für eine 1 zu 4, das ist überhaupt nicht teuer. Finde ich in Ordnung. Hat ja auch eine 60er Höhe fast. 32 mal 30. Soll im Q2 25 rauskommen. 2 Heats, Replaced Naked Body, Normal Base, Simple Base. Du kriegst ja alles dazu. Also für das Geld in der Größe. Ja, da gibt es halt eben noch das ganze andere Schmuddelkram dazu. Das kann man nicht mal mehr auswählen, sondern es ist einfach dabei. Ja, aber man muss dem sagen, für das Geld. Für das Geld, ja. Und ich finde auch den Versand für eine 1 zu 4 sehr günstig. Mit 40 bis 75 Dollar. Ja. Also mir gefällt es und ich finde es gut. Ich muss niesen. Gesundheit. Sie ist okay. Aber jetzt finde ich kein Highlight. Wo ich sage, boah, würde mich reizen. Doch, mich schon. Aber es war zum Glück Geschmackssache. Möchtest du hier irgendwas sehen? Die Baleface Studio. Rebekah jetzt. Ja, da bringen wir uns eine komplette Serie aus. Schon, ne? Da gab es ja schon mal wen. Sieht nicht mehr aus. Sie hat nicht mehr die Rebekah erkannt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Kein Helm dann, ja. Müll. Schmutz. Ja. Gehen wir weiter. Mit dem Programm. Die Powerpuff Girls. Den Ruffy hatten wir das letzte Mal schon. Gehen wir auf die Aether Wong. Ist jetzt so kein Anime, aber wenn es schon da ist. Ja. Du wirst wahrscheinlich nicht wissen, woher die Aether Wong ist. Ja, weiß ich nicht. Resident Evil. Stimmt. Also am Namen hätte ich es nicht gewusst, aber ich habe das Spiel ja mal gespielt. Ja. Und jetzt, wo du sagst, wenn ich es so sehe, hast du absolut recht, Mario. Ich weiß. Nur mit Namen habe ich es nicht so. Außer sie sind aus irgendeinem Anime, dann geht es. Muss ich sagen, ist schon krass. 70er Höhe, hm? Ja, das wird eins zu eins sein und komplett Silikon. Steht was? Steht unten was? Silikonmaterial. Auszubahre Klamotten. Kannst du das Nakeet auch noch machen. Ja, solche eins zu eins Büsten, weil das wird mit Echthor wahrscheinlich und Glasaugen. Also mega realistisch, ne? Ja. Sieht aus wie ein Foto einfach von irgendjemandem. Das ist eigentlich voll schräg. Ich hätte da irgendwie ein Problem, wenn ich mir so was daheim hinstelle. Ja, weil da hätte ich das Gefühl, die wäre echt. Naja, und weil es dann aber auch so komisch ist, wenn da die Hände abgeschnitten sind und keine Beine und nichts und dann ist die aber so realistisch, ne? Kannst du ja in eins zu eins auch noch einen ganzen Mitkörper, Silikon. Sehe ich ja. Na. Ich habe für den Dave schon rausgesucht. Vielleicht schenke ich ihm das mal so kurz. Gehen wir kurz zu den Powerpuff Girls. Mega geil. Fand ich super. Ist halt so eine Serie aus meiner Kindheit. Weiß nicht, ob das bei dir auch noch? Eigentlich nicht mehr, ne? Ja, aber ich hab's geschaut. Entschuldigung, wenn ich heute viel huste, ich bin ein bisschen verkühlt. Ist halt so ein 90er-Jahre-Kinder-Ding eigentlich, weil das hat, glaube ich, jedes Kind damals gesehen. Und ich finde die recht klein. Ja, definiere Kind, vielleicht hat es ja noch gepasst bei mir. Ja, ich war damals sechs, sieben. Das hat sicher nicht gepasst. Oder acht vielleicht. Ja. Du warst 18 oder älter. Kann man nicht im Alter keine Powerpuff Girls machen. Aber wir können jetzt schnell googeln, wann Powerpuff Girls rausgekommen ist. Powerpuff Girls Release, oder? Ja. Release Date. Wann ist denn das rausgekommen? 98. Sag ich ja, da war es sechs. Aber das ist wahrscheinlich sogar noch später in Deutschland, ne? Oder? Wann ist Powerpuff Girls rausgekommen? Erscheinungsdatum? Ah, nee, ey. Da, 2001 auf Superherde, ey. Das war meine Zeit. 2001. Da war ich neun. Und wie alt warst du da? Kolle? 21. War seine Zeit, ne? Genau. Wollt nur ein Kind? Hallo? Gut, also eigentlich eher für die 90er Jahre Kinder ist sowas eher was, glaube ich. Aber ich finde es halt echt cool. Auch für 80er Jahre Kinder. Auch, ja. Da finde ich immer cool, dass sie das rausgebracht haben. Ich kann mich an das nicht mehr erinnern, aber finde ich generell... In Jojo Mojo kennst du nicht mehr? War. Vielleicht war ich auch erst neun war und nicht schon. 21? Ja, okay. Kostet aber auch nur 185 oder 199 Dollar. Finde ich recht günstig, aber ist auch nicht so groß. 17 mal 17 mal 13. Die E-Ex-Variante sicher die mit dem Stern? Ne. Na doch, wird schon sein, oder? Die sind alle gleich. Du musst das... Vielleicht steht es in Ruhe. E-Ex-Version mit Acryl-Litbox. Okay, da gibt es noch eine Box zum Reitenstern wahrscheinlich. Gut. Das hat dann nichts mit dem Stern im Hintergrund zu tun. Finde ich echt lustig. Aber ich finde für... Was kostet die Box denn dazu? 10 Euro oder sowas? Sowas, ja. 15 Euro. 14 Euro. Da kann man die Box dann auch mal mitnehmen. Wenn man sie nicht braucht, schmeißt man sie halt weg. Oder nicht? Weil man kann es ja jetzt nicht sagen, ob ich es brauche oder nicht. Das sehe ich ja nicht auf die Bilder. Finde ich aber ganz cool, dass du das rausgebracht hast. Absolut. Das hat mich an meine Jugend erinnert. Ja, gut. Dann gehen wir... Achso, ich kann ja auch gleich wieder machen. So, auf der nächsten Seite. Und gehen auf Perona, weiß ich nicht. Ja, der ist stark. Der ist ganz stark. Boah, ist der riesig. Ich kann es separat kaufen. Der ist nicht so wie so ein Nachtlicht. Der leuchtet noch... Leuchtet in verschiedenen Formen. Scheiß mal auf die Perona. Wie cool ist denn das? Der ist nicht nett, aber ich teuer. Was? Na. Nur das Ghostlight. Was kostet das Ghostlight? 25 Dollar, du? Ja. Ob ich sowas nicht auch in meinem Lachkasten brauche? Boah. Jo, normal kostet das ganze Gerät in Pop 145 und 275. Und jetzt schauen wir es uns überhaupt mal an. 275 und 1 zu 6. Also, würde ich jetzt fast behaupten, eine der besten Peronas bis jetzt. Ja. Lass dich jetzt von dem Teller nicht abschrecken. Weil der ist nur bei Pop Scale. Bei 1 zu 6 ist eine geile Base dabei. Die da. Ja, eine 1 zu 6 Variante finde ich es auch gut. Ja, und du hast alles drauf, was du brauchst. Ihren Teddy, ihren Schirm, die Geister. Pop Rock Bass gibt es auch. Aha. 1 zu 6 Octagon Bass. Was? Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Pop Bass. Ich glaube, bei Pop Scale kriegst du die Rock Bass dazu. Was steht denn unten? Warte, jetzt schauen wir doch mal. Steht gar nichts. Ja. Stopp. Pop Größe. 28, 1 zu 6, 41. Price Pop. 145, 1 zu 2,75. Das würde gar keinen Sinn ergeben. Nein, weil ich gehe nicht für die teurere, größere Version, dass du einen Teller machst. Und bei der kleinen ist eine geile Base dabei. Hm, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Was soll man hier? Vielleicht sieht man hier noch irgendwas. Nein. Kann ich jetzt echt nicht sagen. Aber ich hätte auch eher gesagt, das ist wahrscheinlich die 1 zu 6 Variante. auch durch die Größe schon, weil 1 zu 6 auf dem Teller sind ja keine 40 cm. Na ja, und wie gesagt, ich habe da gar nichts unten geschaut oder bei dem Bild eben, weil für mich war das klar, gut, Pop wird der Teller sein und 1 zu 6 die Base. Da würde ich vorher hinschreiben und fragen, wenn ich es kaufen würde. Hm, da bin ich mir fast sicher, weil von der Größe her geht es sich sonst nicht aus. Weil 1 zu 6 und dann das da, das sind nie im Leben 40 cm. Die steht quasi am Boden. Stimmt, ja. Und in Popskay hat es Größe, Popskay 28 cm, ist aber auch groß. Das ist eigentlich 1 zu 6 Größe. Genau, ja. Weil weibliche Charaktere, kannst du sagen, zwischen 25 und 30, ne? Boah, schwierig müsste man echt nachfragen, ne? Also obwohl das Schirm, weißt du, der macht halt trotzdem. Na, ist komisch, komisch. Müsste man, glaube ich, vorher nachfragen, ne? Aber finde ich so in dieser Version mega geil. Ja, finde ich auch, ne? Kann ich auch nicht meckern. Oh, whiter in the context. Weißt du was, was dir gefällt? Na? Erren. Boah, ja, der ist gut. Der Erren gefällt mir auch sehr gut, da habe ich gestern die Anweisung bekommen von meiner Freundin, ich soll den kaufen. Aber ich seke, na? Ich sehe so, der kann teilen fahren. Ja, voll, ja. Habe ich aber nicht. Ich finde ihn aber sehr cool. Ich kaufe ihn, ne? Ist ja wohl nicht. Der ist nämlich auch voll günstig, muss man ehrlich sagen. Absolut. Für, der kostet nur 145. In der 33er Höhe, so relativ normal von der Größe her. LEDs wahrscheinlich in den Augen. Ist sicher scheiße zum Einschalten. Weiß man nicht. Weil, ich kenne zwar erst eine Figur, wo die Augen beleuchtet sind, wo das geil ist, da hat es den einen Madara gegeben, was ich gern gehabt hätte. Und da... Ja, bei dir ist scheiße. Ja, das war ja ein Möll. Aber bei der Madara war es über die Base zum Anstrecken gewesen und die haben richtig geil geleuchtet. Also, ist halt so eine Fifty-Fifty-Chance. Obwohl, ja, sagen wir es einem in die Augen nicht leichten, ist mir scheißegal. Ja, mir auch, ja. Weil ich finde ihn so echt gut. Ja, ich finde ihn ziemlich cool, ja. Finde ihn auch echt gut, ja. Ja, vielleicht bestelle ich ihn ja eh noch. Weil der Ehren in seiner Titanenform ist schon lässig. Finde ich auch. Wie gesagt, Größe haben wir schon angesprochen, 33 cm hoch, 145 Zolle kosten. Finde ich echt günstig. Bei Carioland ist er drin um 199 mit Versand. Also, kannst du auch mit so 45, 50, 60 Dollar rechnen wahrscheinlich. Versand. Und, ja. Sehr cool. Mein Leistbarer. Weil die meisten sind immer... Die sind überriesig mit On-Diaramen dabei. So können wir rein schon, ne? Ja. Die Retsu. Der Retsu. Was für ein Anime? Bleach. War gut. Schlag mich doch nicht. Ich habe Bleach ein bisschen gesehen, ja. Also Standard-Bleach habe ich, keine Ahnung, bis Folge 60 oder so. Hast du ja nicht recht fertig gemacht. Ja, doch, mache ich jetzt. Aber ich habe Standard-Bleach bis Folge 60 oder so gesehen. Ich denke jetzt mal oder 70 oder sowas in die Richtung. Und den, wie heißt das letzte? Blood War? Ne. 1000-Dier-Blood War. Ja, genau. Habe ich nicht gesehen, weil mich Bleach ein bisschen abgefuckt hat, dass da so viel Fehler gekommen ist. Deswegen bin ich voll raus aktuell bei Bleach. Nein, ist ja absolut in Ordnung. Und wusste auch einfach nicht, wer das war. Und ich glaube, das ist auch keine Schande, oder? Nein, ich weiß ja auch nicht alles. Ist doch gut so. Aber du hast gleich vier Sachen in Anbietern gewusst. Ja, weil ich auch Hunter x Hunter noch nicht gesehen habe. Weil ich glaube, dass mich Hunter x Hunter null interessiert. Doch. Nein, glaube ich. Warum? Weil mir der Hauptcharakter, wenn es der Hauptcharakter ist. Der Garn? Ja. Der gefällt mir nicht. Ist das wurscht? Na, für mich muss ein Hauptcharakter ansprechend sein, sonst habe ich keinen Bock drauf, das zu schauen. Irgendwann einmal... Ich sage nicht, dass es nicht vielleicht was für mich ist. Nein, machen wir es auch. Wenn es einmal irgendwann mal zum Schauen geht, und du einmal die Zeit hast... Dann stehe ich mal rein. Ja? Gibt es dem Ganzen fünf, sechs Folgen noch Schauen? Viel zu viel. Nach drei Folgen muss man das haben. Dann halt drei Folgen. Ich schaue gerade Dr. Stone. Sehr cool. Gefällt mir gut. Weil du jetzt fragst, ob du hast sie eher... Sie. Das ist sie. Ja, sag ich doch, halt so sie. Sie sieht aber ganz anders aus als bei dir. Da war sie noch ein bisschen in der Prime-Zeit. Okay, weil da sieht mir das Gesicht aus wie von Naomi. Ja, sie ist auch eigentlich schon sehr alt. Schau, wie schmal das Gesicht ist. Deins ist viel runter. Bei dir sieht es ja viel weiblicher aus. Hat aber auch einen Grund. Okay. Aber auf das will ich jetzt gar nicht näher eingehen. Zur Statue jetzt überhaupt mal. Ich finde die ziemlich cool. Ich finde diese LED-Effekte mächtig. Also ich bin... Wenn es so hell leuchtet wie da, brauchst du kein normales Licht mehr einschalten. Muss ich aber auch sagen, hat es zu dieser Szene gepasst. Dass du sagst, okay, das nimmt jetzt wirklich alles ein vom Licht her. Und so zum Charakter, wie gesagt, das kann ich nicht beurteilen. Wenn ich es jetzt nur vergleichen würde mit deiner, würde ich sagen, die ist scheiße vom Gesicht her. Aber wie gesagt, ich kenne den Anime. Nein, also das ist schon alles gut. Okay. Kosten würde der ganze Spaß mit LED-Effekte. Mit LED-Effekte. B 315 ohne LED. Wenn ich jetzt keine. Genau. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ein Fuffi fürs LED finde ich frech. Ist viel. Oder? Ich glaube, das ist schon aufwendig. Von der Arbeit her. Aber ja, günstig ist es nicht. Naja, es ist schwer zu sagen. Also, dass jetzt wirklich die Effekte so leuchten, da müsst ihr ja fast im Clear Resin auch LEDs drin sein. Was aber dann irgendwie auch wieder scheiße ausschaut. Und ja, schwer zu sagen, aber mir kommt ein Fugtsgefühl vor. Ist schon nicht wenig. Was magst du denn anschauen? Schauen wir uns an. In Crollo Lucifer. Gut, kenne ich nicht. Hamper, Hamper. Aber dann haben wir schon mal. Haben wir schon mal ein, zwei gehabt. Schläht ja heute richtig schnell hier bei mir. Ja, dann lesen wir vor mal, was unten so steht. Er kostet 130 US-Dollar und 30 x 17 x 11 und soll im Q1, Q2 von dem 20 rauskommen. Und kostet noch 40 Dollar. Versand. Versand. Vielen Dank, Mario. Mittlerweile haben wir auch schon ein bisschen was vom Gesicht. Und? Na, bin ich nicht 100%ig überzeugt. Weil, warum, wieso? Ich weiß nicht, mir kommt vor die Augen-Nasen-Partie. Nicht so? Generell, zur Starter kann man nicht viel sagen, weil er steht einfach nur da und hält ihn hoch. Sie ist recht unspektakulär und ich muss auch sagen, von der Pose, da waren die anderen weit besser, was wir bis jetzt gehabt haben. Da gibt es auch schon ein Kilo auch dazu. Den hätte ich gewusst, das hat so Hande Hande gehalten. Ja. Weil den finde ich nämlich ganz cool. Der Kilo ist super. Aber einen Gorn finde ich irgendwie kacke. Also nur optisch jetzt. Ich muss aber auch gestehen, die hat zum Beispiel der Kilo auch um einiges mehr, doch das der Gorn. Gut. Dann gehen wir auf Seite 2. Jo. Also Seite 2. So viel ist, glaube ich, gar nicht dabei. You'll survive. Boah. Wir haben da C4 Studio Itachi Ushia. einen komischen Gesichtsausdruck hat er. Bisschen krank. Bessere Gesichtsausdruck. Boah. Der ist auch gut. Da auch mal nicht mit einem normalen Sharingan, sondern mit einem Mangekyou-Sharingan drin im Auge. Das ist gar nicht so verkehrt, ne? Finde ich ganz cool. Ist auch mal schön zum Sehen, ohne groß Effekt im Hintergrund, ne? Du hast hier wirklich schön einfach die Statue gesehen. Richtig, ja. Finde ich mal schön die Statue. Muss man mal loben. So ein bisschen von seinem Susano, der Arm. Ist auch cool, ja. Mit dem ganzen Raben. Und er, okay, den Gesichtsausdruck, den hat er in einer Szene, ne? So einen Kranken. Ja, ja. Ist ja nicht so, dass es komplett verkehrt ist, aber wenn, dann würde ich ihn so hinstellen. Ich auch, ja. Und das Gesicht, muss ich sagen, ist mega. So an sich, das finde ich schon ganz cool. Hier sind wir Fotos. Ja, den finde ich gut, ja? Die Beza mit dem Susano oben, das gefällt mir. EX und Regular, wo ist denn da der Unterschied? Ausversionen kann man was tun jetzt. EX, EX ist größer. EX wird wahrscheinlich mit Arm sein und einmal ohne. Schau. Ah. Ohne? Ja. Mit. Das wird die EX-Version sein, denke ich mal. Wie viel kostet er jetzt mehr? Hm, den Preis haben wir noch gar nicht drauf geschaut. Normal 2,19, 2,75. Ist aber viel auch Unterschied, ne? Für den Arm da einfach nur. Dass wirklich nur das ist, weil, wie du sagst, das ist nur ein Arm. Hm. Ja, mir wäre jetzt sonst kein Unterschied sonst aufgefallen, oder? Ich verstehe auch den Höhenunterschied nicht ganz, weil die Version, die Regular-Version, geht ja fast gleich hoch wie die EX-Version. Wie viel ist denn da unten rum, ne? Was steht denn da bei der Höhe? Ja, 4 cm, ja, das kann schon kommen. Und Weite, 5, 5, 5, ja, das passt schon, ne? Das wirklich gut. Okay, du hast auch ein Element von der Wirbelsäule mehr aufsteigst, gell? Nein. Ich glaube, das ist nur der Arm, der da zukommt. Ah, okay, da hat die Flamme geht. Ja, da geht es mir höher. Nein, das passt auch nachher. Muss ich jetzt aber ganz ehrlich sagen, wäre mir der Arm allein jetzt nicht wert, den Aufpreis, glaube ich. Nein, mir auch nicht. Aber ich finde sie so auch cool, oder? Ja. Nur das Gute. Ist schon mega lässig, aber... Ja. Mir gefällt er optisch sogar so besser. Dann nochmal zurück. Ja, aber ist schon wieder fast zu viel los. Ja, und auch, was mich da ein bisschen stört, ist, dass das so rausgeht aus der Szenerie. Hier ist alles so schön kompakt. Ja, stimmt. Auf einem Haufen. Ah, schau mal, ich habe jetzt noch einen Unterschied gesehen. Wo war denn? Die lange Flamme hier unten, ja. Okay. Ich finde trotzdem die hier fast besser. Ja, er kommt auf jeden Fall mehr zu oder zur Geldung. Aber die gefällt mir gut, die Version. Auch die andere finde ich nicht schlecht, aber... Ja, 2,19 finde ich voll in Ordnung. Ist ja 2,75 in Ordnung. Ja, eh. Ist schon cooler. Itachi. Itash. Itash. Und Cash. Die kommen erst. Oder? Sind die schon draußen? Ne, die kommen erst. Ah, die kommen erst. Die kommen erst. Den haben wir schon gesehen. Ja. Den kennen wir schon, den guten Dude. Da wäre noch eine Boa wieder zum Rennen. Sneaken. Ja. Ja. Gehen wir sie uns. Gehen wir uns die Boa, die nächste. In der Größe kommt sie. Das ist aber 1,5 zu viel. Ja, muss sein. Ja, schau mal, wie viel Schlange das da ist. Boah. Ein ganzer Schlangenthron. Da hat sie so ein bisschen... Aha, da hat sie sich auch wieder den. Der Blick ist besser, ja. Wir haben ja viel mehr Fotos, gibt es nicht. Außer vom Ausschnitt. Wenn es irgendwen interessiert, hier bitte. Ja. Eigentlich ganz cool, finde ich. 1 zu 6, 205 auch nur. Und 1 zu 4, 315. Finde ich beide Preise... Finde ich beide okay, ja. Okay. Und auch von der Größe her. 32 x 27 x 27 ist die 1 zu 6 Version. Und mit 46 Zentimeter kommt sie dann in 1 zu 4 von der Größe her. Das sind beide Preise okay, finde ich. Ja. Ich finde auch optisch so cool. Du hast zwar quasi keine Base, aber... Aber die Schlange ist die Base. Die Schlange ist die Base. Das ist ziemlich cool, ja. Wagen fällt mir nicht ganz gut. Finde ich nicht so verkehrt. Das ist cool. Und auch so ist er schon... Solomon schaut auch super aus. Ja, finde ich cool. Nicht gut, ich boah. Ja. Dann, auf was wollen wir noch eingehen? Könnte man da auf Code Geass eingehen? Kenne ich nicht. Ich habe den Anime auch noch nicht gesehen. Aber es wird sicherlich Leute geben. Die was denn gesehen haben? Was unsere Videos schauen? Von dem her. Aha. Rückentattoo oder was ist das? Ja, cool. Ich finde auch die Statue an sich. Sieht ganz cool aus. Hey, da gab es schon mal was. Da ist schon mal was rausgekommen. Oder der kommt nach mir. Wie auch immer. Aber die Statue selber finde ich, sieht ganz cool aus. Hallo. Schau auf. Aber halt, kenne ich nicht. Kann ich echt nichts zu sagen. A, B, C, 3 Varianten. B, Blue. Äh, A, Blue. B, Purple. C, A und B. Okay, ich denke, da kann man sich für eine Farbe entscheiden, oder? Muss ich aber ganz ehrlich sagen, da spricht mir jetzt die Purple-Variante mehr an. Mich auch. Finde ich schöner. Da hat man so ein Blue. Achso, die Blue-Version ist auch nackiger. Mhm. Da ist seitlich nichts mehr. Und bei der schon. Also nah, da finde ich die deutlich besser. Auch mit geschlossenen Haaren. Ah, die Haare sind da auch unterschiedlich. Ja. Da sind sie geschlossen und offen. Und beim Blau nutzt sie es offen, ja. Na, also ich kann jetzt mit dem Charakter so leider nichts anfangen. Ich auch nicht, aber so finde ich es gut. Aber ist ansprechend. Finde ich cool. Ja. Ähm, 245, A-Version 275. Ah, ist die Blaue gewesen, gell? Mhm. Weil wir mit den offenen Haaren wahrscheinlich und sowas. Und C, 4. Ja, muss ich aber sagen, mit dem Trump-Base, was dabei ist. Ja, preislich gesehen finde ich es ja okay, ja. Absolut. Aber ich denke, man kann sich für eine Variante entscheiden. Ja, also dass man da beide braucht. Glaube ich kaum. Den Yuji, eigentlich Sukuna wie auch immer, habe ich überhaupt nicht verstanden. Nein. Hinsetze und ein Bild malt. Warte, fahr auf hier nochmal. Da auf Overwatch könnte man noch gehen. Kennst du das Spiel Overwatch? Sagt das was? Aber ich kann nix mit anfangen jetzt so, mit dem Charakter halt. Keine Ahnung. Na, haben sie nicht mega gut umgesetzt. Finde, der schaut spitze aus. Der? Die? Nein, der Charakter. Die Dame. Die Dame, ja. Kann ich leider nicht, wirklich was zu sagen, aber mit LED anscheinend, da unten drin steht ja im Text drin, da er lesen kann, ist gleich ein Vorteil. Wie sieht es denn bei dem zu Hause aus? Boah, was ist denn hier los? 2,19 finde ich auch nicht teuer, weil es auch wieder was anderes ist. Aber gerade diese Extrasachen kosten ja mal ein bisschen was, ne? Na, muss ich sagen, ist echt cool. Also ich bin jetzt nicht der Über-Overwatch-Fan. Q225, ja. Aber ich denke mal, das gehört sich mal angeschaut. Der ist heftig. Ach, da tue ich auch noch mal. Richtig. Da gibt es glaube ich jetzt drei verschiedene Varianten oder so. Mhm. Ja, genau. Okay. Hey, das gab es vom Dings auch schon. Vom Juta. Damals genau gleich. Das ist sicher die gleiche Studie. Weil die haben das genauso aufgebaut, ne? Wo ich die normale Standard-Version gekauft habe. Ja, genau, ja. Ne, muss ich sagen, auch ehrlich, sieht schon echt wild aus, ja. Gefällt mir auch sehr gut. Weil die Augen dürften mit Letzern, ne? Glaube ich auch, ja. Sieht zumindest dann wild so aus, vielleicht steht auch was unten. Nein, steht gar nichts. Wäre aber cool. Ja? Weil es hat ja schon mal eine Statue von ihm gegeben, wo die Augen mit LED waren. Das hat schon sehr, sehr geil ausgeschaut. Was sagst du, die Gesichter? Ja, weiß ich nicht. Haben wir ja gesagt, dass wir noch ein bisschen überarbeitet. Steht ja unten drin, ne? Wo ist das, glaube ich, auch? Das ist mir zu glatt gebügelt, irgendwie. Und ich kann mir jetzt vielleicht auch eine feuchte Erinnerung haben, aber mir kommt es ein bisschen zu lang gezogen vor. Ja, könnte ich jetzt so auch nicht sagen. So, auf dem Bild hat es mir eigentlich besser gefallen, dass du jetzt so siehst. Ne? Mhm. Oder auch hier, da geht's. Ja, ist aber auch so schmal ein bisschen. Ja, okay. Könnte ich jetzt aber auch nicht sagen, aber so an sich finde ich das schon ziemlich heftig. Was kostet das auch Barocken überhaupt? Der Barocken, in der Barocken-Version, warte mal, jetzt muss man mal schauen, welche Version welche ist. Puh. Die Barocken-Version wäre die Luxury Version oder die Top. Top. Und die Luxury Version kostet 4,19. Die Top kostet 505 und die kleine kostet 160. Finde ich alles okay vom Preis her. so. Weil du kriegst ja zwei komplette Körper, glaube ich, dazu, bei der Top. Bei der Top, glaube ich schon, ja. Sonst hat er keinen Sinn machen, wenn du es nicht kriegst. Ja. Dann hätte ich das gleiche wie da nur die Base dazu gekriegt, ne. Na, ist absolut okay und schaut da echt geil aus. Ja. Kann man auf jeden Fall mal machen, ne. Schauen wir noch ein Iron Studio an. Ein Zoo. Tolle Bilder. Was ist denn mit meinem Ladegerät denn los? Egal. Ja. Ja. Das ist komplett der Müll. Ja. 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 Ja, das ist halt das, ne. Das ist halt auch mit dem Ruffy genau das gleiche, ne. Bilder sind scheiße gemacht. Was soll ich denn da erkennen? Gar nichts, ne. Also mich würde echt interessieren, wie lange das das Studio noch gibt. Nein, nein. Das ist jetzt auch nicht das Iron Curtain Studio. Ja, ich weiß, Iron Studio. Aber ich denke, das andere wird eine Zusammenarbeit sein, denke ich mal, oder? Das sehen ja gleich aus. Teile. Ja, gefällt mir aber nicht. Nein. Kannst du wegschmeißen. Für den Arsch. Schauen wir uns noch schnell den Sanj an und dann gehen wir auf Seite 1. Den Sanji finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Ich nämlich auch. Weil er mal seine klassische Kleidung an hat. Und was mir da auch taugt, einmal so eine Pose, was er jetzt Geräte anzieht hat. Gibt's auch einen kleinen Sanji. Gibt's auch einen kleinen Sanji. Boah. Wie er in seinem Kerker drin hockt. Ja, finde ich gut, ja. Ich finde hier die blauen Effekte sehen sehr schön aus, ne. Die roten auch, aber die blauen... Hä? Aber die blauen kommen mehr zur Geltung. Ja. Und dann gibt's das ganze in rosa. Ja. Ja. Okay, das weiß-rosa. Das ist ja gar nicht meinst du. Ich bin da eher für die Standard-Filip-Variante. Ja. Finde ich am coolsten. Ja, weil es echt wieder mal erfrischend ist. Bei dem sind eigentlich alle Sanjis jetzt in seinen purpuren Anzug gewesen, gell. 130 ist auch voll in Ordnung. Und das ist von LX Studio. Davon steht hier draußen gerade der gute Gojo. Und dann können wir auch sagen, ob das gutes Zeug ist oder nicht. Gut, dann gehen wir auf Seite 1. Und auf Seite 1 starten wir ganz unten natürlich. Und wir starten bei Gengar. Das sieht nicht ziemlich gut aus. Haben wir nicht. Wir haben noch gar keinen Bock genommen gehabt. Genau. Und das sieht echt wild aus, das Gengar. Keine Ahnung warum sich so ein bisschen den Nebel auflöst. Aber das ist ja halt auch ein Geist-Pokémon und mit LED-Effekt. So Halloween-mäßig vorne ans Fenster gesetzt. Was? Das ist ein LED-J? Das sieht schon aus mit LED-Effekt. Also das sind nur Original. Nee, hat er nicht. Schade. Shiny, Original. Shiny, Solid und Original, Solid. Gut, transparent. Aber da war ja geil gewesen, wenn die Augen leuchten, oder? Ja. Oder wenn er von unten so bestrahlt wird. Ach so, ja. Wie mit der Taschenlappe früher als Kind immer gemacht hast. Wird gut zu der Statue passen. Die ganzen Varianten, die transparenten kosten 105 und die Solid kosten 89 sehr günstig eigentlich. Für 16x13x9, ja. Ist jetzt auch nicht so groß. 20 bis 40 Dollar. Ja. Ist aber absolut okay. Ja. Und der ist schön gemacht. Ich finde es passt gut zum Gänger. Für mich wäre natürlich nur die klassische Version kaufbar. Ich würde mir keinen Shiny kaufen, obwohl ich es Shiny cool finde, aber ja. Ja. Gehen wir uns noch auf Figurama? Die da? Mhm. Weil, Figurama kannst du sagen, als willst, die sind einfach geil, die Sachen. Ja, weißt du von was das ist? Claymore. Sagt mir gar nichts. Hab ich auch zwar nie gesehen, aber ich finde die Statue hat es verdient, dass man drauf eingeht, weil es ist ein mega geiles Teil. Ja, das komische Fischmonster da. Sieht schon brutal aus, ne? Hätte ich schon ein bisschen Schiss vor dem. Aber ich glaube auch der Charakter und so, die machen das ja immer gut mit den ganzen Blut-Effekten und alles, ne? Ja. Da kannst du ja sagen, was du willst. Die stellen wir das Gesicht an. Boah. Hätte ich schon ein bisschen Schiss. Echt geil, Leute. Ja. Ähm, das Ganze gibt es mit einem A3-Poster. Kostet aber auch 1379 Dollar. Soll es sogar 500 bis 800 Stück von geben, ne? Gar nicht so wenig. 70 Zentimeter hoch. Ja. Aber die Größe ist wieder beachtlich, ja. 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 Es ist aber gut. Kann man nicht anders sagen. Auch wenn ich nicht weiß. Genau. Und was ist denn jetzt? Das? Ja. 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 Habe ich auch schon gesehen. Hat mir sehr gut gefallen. Du bist so ein bisschen so ein Anton-Fan, hm? Anton ist super. Ja, aber bitte schau dir das an, wie es da abgeht. Karpador spuckt. Karpador spuckt Wasser. Das sieht ja auch ziemlich cool aus, finde ich. Mit dem Karpador, was da Wasser spuckt. Mit dem Brunnen. Anton sitzt oben drüber und lacht ein bisschen. Da wird ein Anton von Muschas hinten in den Schwanz gebissen. Der hat keine Ahnung, um was es geht. Und der lässt sich ein bisschen bepinkeln. Schau, wie er schreit. Na, jetzt schau die Tränen an, bitte. Na, das ist cool, ja. Ist auch ein schönes kleines... Also eine schöne kleine Statue einfach, ja. Ich bin auch ein ziemlicher Entoron-Fan. Entoron selber, ja, ist cool, aber als echter Pokémon-Liebhaber bin ich dann doch eher Typ Entoron. Also die Entwicklung. 175 für Vierze, mal 20 mal 17 ist gar nicht so wenig. Hätten 145 wahrscheinlich auch gereicht. Aber es ist doch ein bisschen was drauf auch, ne. Eben, ja. Also es ist jetzt nicht mega groß, aber dafür... Du hast, sagst du trotzdem, vier Charaktere haben, ne. Und auf der Basis ist wirklich sehr viel los. Auch die Blümchen und so sind wir schon gemacht. Mir gefällt das gut. Schaut hübsch aus, ja. Na, finde ich schon cool. Ja. Zur Mona Lisa, was sagen wir zu der? Ja, mega geil, einfach wieder. Also ich muss sagen, ich finde das cool. Weil das ist ja die Museum Art Series, glaube ich. Das ist jetzt schon die dritte, was da rauskommt. Aber als Konzept, wie sie das gemacht haben, finde ich lässig. Ja, weil du hinten... Weil der Bilderrahmen extra ist und du sitzt da hinten rein, wie du es brauchst, ne. Also... Ja, runden die Füße dann raus, schon irgendwie so ein bisschen dumm sieht es aus, ne. Aber gut, ja. Ich habe es ja schon bestellt. Wie... Du hast aber schon eine Mona Lisa, oder? Nein. Nein, das war der Schrei. Aha. Weißt du, was ich sage? Ja, genau, ja. Ich war mir nicht sicher. Ja. 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 Jetzt reicht es noch einmal mit dir an. Es nimmt schon überhand. Findest? Achso, was kostet die? Ich habe geschaut. Ich glaube, 99. 99 Dollar. Für 17 cm. Ja, die sind die alle in den Preisen. Kann man das Replace hat, Acryosheet, Frame. Was verdienen sie denn da Versand? 20 bis 40, nix. Großartig. Ich muss nicht sagen, ich habe sie bei Faber GK bestellt. Mhm. Weil da kostet sie 83 Dollar. Jetzt... Als Pre... Genau, weil bei Faber haben sie immer die erste Woche, oder die ersten 10 Tage, weiß ich jetzt gar nicht. Lustiger, ne. Sung Yin Wu. Den Typen kennen wir auch schon. Ja. Woher? Ähm, von Solo Leveling. Ich habe es sogar schon gesehen. Du nicht, oder? Ja. Aber muss ich sagen, gefällt mir eigentlich ganz gut, so an sich. Was mir nicht so gut gefällt, ist ein bisschen die Struktur von seinen Haaren und von der Kleidung. Das ist mir zu glatt gebügelt. Weil so mit seinen Schwertern habe ich ihn ja auch schon gesehen, die zwei. Da ist sicher hochgelevelt der Johnny. Okay, da gefällt es mir schon ein bisschen besser. Ja, weißt du, das weiß man jetzt ja nicht beim Prototypen, ne. Aber ich glaube, der könnte was werden, ja. Also ich glaube schon. Also ich finde, es macht schon was her. Ja. Er hat 48 cm Höhe in 1 zu 4 und 1 zu 6. Sie sieht so winzig daneben aus, ne. Ja. 32. Und soll kosten 1 zu 6, 190, 2,75 in 1 zu 4 ist günstig, ne. Ich würde mir gerne die verschiedenen Köpfe anschauen, weil da steht eine Maske. Eine Maske. Eine Maske. Das wären wir sicher irgendwo oder auch nicht. Doch da. Ne. Doch. Replaced. Replaced mit Herz. Ja. Das ist einmal der mit dem Effekt im Auge und einmal ohne, oder was. Könnte sein, ne. Viel mehr Fotos gibt es nicht, das weiß. Da ist nur ein Kopf zum Sehen. Okay, also jetzt auf die Schnelle. Ich sage das nur, dass der Kopf einen Effekt drin hat, ne. Hm. Ja, vielleicht haben sie in dem Anime und dem Manga ziemlich gleich hinten gekriegt, ne. Einfach zwei identische Köpfe reingeschmissen. Ja, einer ist aus Manga und einer aus Manga. Wir haben ein Replacement-Head. Wir sind cool. Aber ich muss ehrlich sagen, Solo-Leveling hat mir sehr gut gefallen. Für alle, die es da nicht gesehen haben, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Er hat voll Spaß gemacht. Bin ich schon gespannt, wie es da weitergeht. Ja. Na. 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 Kusan. Finde ich, ich mochte den Kusan eigentlich immer gerne früher. Früher bin ich ein wenig, ja. Ja, mittlerweile mag ich ihn nicht mehr. Hast du das schon mitgekriegt, was da abgegangen ist zwischen ihm und Gab? Ja, ein bisschen schon, ja. Ja, na, jetzt mag ich ihn nicht mehr so. Obwohl, in der Variante sieht das schon sehr cool aus, ne. Er ist ja eigentlich auch ein cooler Charakter. Aber, aber. Ja. Aber, aber. Na, wenn es um einen Gab geht, das. Auf dem Kopf hört, den haben sie gut hingekriegt, ne. Absolut. Auch die Eiseffekte finde ich sehr, sehr schön. Ja, mit seiner Schlafbrille da drauf. Da gab es ja meine, wo er auf dem Fahrrad gefahren ist. Die war super. Warte mal schauen, was ist denn da? Ah, da kommen noch mehr, ja. Der Licht, Johnny. Und der mag man Johnny wahrscheinlich noch. Boah. Ja. Popmax. Also so circa 1 zu 6 wird er sein. 32 x 28 x 24. Okay, muss kleiner sein, ne. Weil er ist ja ein riesen Typ eigentlich. Okay, er ist nach vorne gebeugt. Ja, das passt schon. Er ist schon 1 zu 6. Ja, Moxergarter ist super. In meiner Meinung. Aber gefällt mir gut eigentlich, ja. Soll kosten das Ganze. 2,45. A. Admiral transparent. Solid. Blablabla. Good. With LED. All versions based with LED. Bin ich gespannt, wie hier eine LED drin sein soll in der Variante. Dadurch, dass es solid ist, interessant, ja. Ja. Keine Ahnung. Aber ist cool. Ist cool. Ist aber schon zurückgekommen, ne. Jetzt. Mhm. Kilo versus Irwin. Mhm. Boah, da ist das Loser. Boah, sehr geiler Kampf. Da siehst du doppelt, weil der so schnell ist. Habe ich recht? Schon, ne. Habe ich ja gewusst. Weißt du, eh. Aber finde ich schon recht, dürfte ein dicker Brocken werden, ne. Ja. Ich glaube, das ist riesig, ja. Aber ich finde... Ich finde, da hätte man sich da schon ein Stückchen wegschneiden können. Ja, hier hinten. Hier hinten, oder? Okay. Aber... Finde ich auch auf... Finde ich nämlich echt ganz cool, weil er recht simpel gehalten ist. Mhm. Ähm. Man sieht hier aber so ein bisschen seine Andeutung an seine Puppen. Auch an seine Sasori-Form, die eine, mit der er dann mal rumgelaufen ist. Ähm. Er selber an sich sind halt, glaube ich, so Prototypenbilder. Das Gesicht ist noch nicht, glaube ich, ganz richtig. Hoffentlich. Wiegt noch nicht so ganz so richtig. Nein. Aber sonst wär's cool. Konzept finde ich cool. Mhm. Ähm. Und... Ich bin sowieso der Meinung. Ich bin ein absoluter Fan von Dioramen und so. Mhm. Nur es frisst halt viel Platz und Geld. Aber das ist passend zu dem Itachi, den es gegeben hat, ne? Ja sicher Akatsuki-Studio. Ja. Da war der Itash. Ja. Der Itash gibt's da nämlich auch schon. Da kann man wohl die ganzen Akatsukis kaufen, ne? Okay, da gibt's zwei verschiedene. Aha. Aber man kann das vielleicht mit dem Teller hinstellen oder holen oder was. Ah, okay. Mhm. 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 Count with replaceable hand. Ja. 155. Ich glaube für jemanden, der die Serie machen möchte mit der Akatsuki-Serie. Das ist, glaube ich, ganz cool. Weil da wird sicher jeder Charakter kommen. Und ich denke, das ist ganz cool. Finde aber lässig, dass die untere Base, dass du dich auch wegtun kannst. Weil, da muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir nicht so. Mir auch nicht so, ja. Das da, ne? Ja. Das sieht nur zu... Es passt nicht so zusammen halt einfach, ja. Ich weiß nicht, was mich da stört. Vielleicht, weißt du, da ist eh schon im Mantel drin und auch von der Akatsukis. Keine Ahnung, aber finde ich gut. Ja. Hoffentlich kann man das dann bei jeder machen, ne? Ich finde auch die Variante mit der Hand besser als mit der Schriftrollenhand. Ich schau schnell mal rein beim Etage. Wenn wir schon da sind. Müssen wir suchen. Etashi. Etashi. Ne? I. 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 Da müssen wir gleich mal kommen und der war ziemlich neu. Da ist er. Der da, ne? Ja, genau. Weiß ich gar nicht, ob man das da runternehmen kann. Das sieht man nicht. Sieht nämlich nicht so aus. Aha, da sieht man es jetzt nicht. Ja, aber das wäre auch dumm, wenn es da jetzt eine ganze Serie rausbringt. Bei einem kannst du es bei einem nicht. Das wäre unlogisch. Das bringt dir gar nichts. Vielleicht geht es ja doch. Keine Ahnung. Kann man jetzt schwer sagen. Schade, kenne ich jetzt leider keine E-Mail. Preislich gesehen sind sie fast gleich. 5 Euro teure ist das, das sogar. Der meisten von der Beizung der neuen kannst. Gut, dann gehen wir jetzt zu Figure Choice. Mhm. Garby. So, Garb haben wir schon gesehen. Den auch. Auch den schon kommt. Den LX-Studio Garb. Ah, genau. Also ich habe einen. Sonst haben wir da bis jetzt noch nicht so wirklich was dabei. Die haben wir auch schon gehabt. Mhm. Den Piccolo hat man ja auch schon. Das dicke Pikachu hat man ja auch schon. Bist du sicher? Ja. Das ist die Boa, die wir vorgesehen haben. Die kennen wir auch schon. Ähm. Einen kleinen Trance. WCF-Style. Ist jetzt nicht unbedingt aufregend. Ähm. Die Amya kennen wir noch nicht. Machen wir euch mal die Amya auf. Das kennen wir alles. Den kennen wir noch nicht. Machen wir schon mal drauf. Aber Gelko. Und Gelko Johnny. Das können wir noch nicht. Die können wir noch nicht. Ach, hey. Schöner, gell? Aha. Boah. Jöi. Das sieht gut aus. Den können wir noch auch mal. Dann keines hat. Jetzt gehen wir die mal durch. Ja, du bist nicht. Fangen wir da an. Okay. Gehen wir mal runter. Auf die großen Bilder. Sieht schon cool aus, ne? Ist wieder mal mega dumm. Ja. Aber gut. Absolut. Finde ich schon ganz witzig, ne? Wir wissen ja alle, wo das her sein soll, das Cosplay, oder? Ich denke schon, oder? Das ist ja von... Das fällt mir in den Armen nicht ein. Was ist mit dem Drachen da? Ja. Wo er gewaschen wird und dann so viel Dreck da ist. Ich hasse den jetzt. Gib mich. Ja. Mir fällt jeweils auf volle Blockade. Jihiros Reisen. Danke. Danke. Mir ist es auch nicht eingefallen zuerst. Ja, das ist die Szene, wo quasi er in das Maschbecken und dann war alles Dreck. Das Wasser ist übergelaufen und so weiter. Oder? Ne, da war so ein Matschmonster erst drin. Und dann ist er irgendwie gekommen und sie hat immer Geld gekriegt von ihm. Stimmt. Stimmt. Die so goldenen Dinger. Irgendwie so war das, ja. Ist auch schon wieder ein bisschen lecker. Das Ganze kostet, das sehen wir ja hier oben, 73 US-Dollar. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Egal welche Variante, da gibt es zwei verschiedene. Für mich wäre eher die hier dann mit dem Grinsen im Mund. Finde ich deutlich besser. Das ist einfach der Anja, ihr, wie sagt man da, Move. Ja. Soll im Q2 25 rauskommen, 388 Stück davon geben. Und dann gehen wir zum Gekomoria. Was sagen wir zum Gekomoria? Den muss ich sagen, obwohl ich ihn ja nicht mag, den Charakter. Der sieht geil aus. Richtig badass. Unten diese kleinen Monsterchen da, seine Fledermäuse. Er schaut echt böse auch aus. Also der gefällt mir richtig, richtig gut. Boah, der rockt. Der rockt aber anders, ja. Da muss ich ehrlich zugeben. Also für einen Moria, wenn ich mir einen kaufen würde, dann den. Mit dem ganzen Grabstein und alles. Das wirkt so richtig gut. Oder? Ja, weil er da auch mal nicht wie ein Dulli wirkt. Weil mein Problem ist immer gewesen, er ist ja an und für sich ein cooler Charakter und hat auch coole Fähigkeiten. Aber er schaut so viel dumm aus. Aber da. Ja, er sieht trotzdem noch dumm aus. Ja. Was hat er für einen Hals her? Was ist da los? Aber ich finde trotzdem ihn in dem Fall sehr cool, ja. Er sieht richtig böse aus. Alles passt gut zusammen. Also da kann man wirklich nicht meckern. Der ist echt cool. Ah, der gefällt mir. Der ist lässig. Der soll kosten 3,99. Puh, wie groß ist denn der wieder? Der ist 40 x 49 x 34. Boah, ist er streng limitiert. Auf 66 Stück, ne? Fully handpainted? Checking it. Ja, das steht öfters mal dabei. Ich verstehe das auch nicht rein. Ah, handbemalt. Ja. Komplett handbemalt. Ja, kann schon sein, dass ein paar Sachen mit der Maschine gehen, ne? Ich glaube schon. Dass nicht alles immer nur handbemalt ist. Muss ich aber sagen, finde ich trotzdem sehr cool, auch wenn er mir mit 400 zu teuer ist, ne? Ja, ist geil, aber das war eher schwer zu sagen, aber 300. 330. So die Richtung. Dann hätten wir eine Reiju. So relativ Standard eigentlich, das gab es schon mal im Teller. Was denn? Nein, der schaut nicht echt gut aus, finde ich. Aber? Ist einmal ja ziemlich normal, aber der Teller. Ja, ich kriege ja jetzt so einen oder so einen Teller. Ja, ich weiß. Nein, der hat auch so einen Teller. Weil deine finde ich auch sehr cool, aber mit den Tellern habe ich auch ein bisschen ein Problem. Teller sind für mich BVC-Figuren. Kommt auch nur im Popscale und soll 125 Dollar kosten. Elektroplating, normal. Wie? Ah, normal. Keine Ahnung. Haben wir da unten einen Unterschied gesehen? Ja, nicht um was geht es jetzt da. Ah, der Effekt von der Base wahrscheinlich. Denke ich auch. Doch, jetzt wird er da angezeigt. Dauert anscheinend ein bisschen diesmal. Gut, aber ich finde für 125, wenn du eine Rage haben willst, ein Popscale ist schon okay. Absolut okay, der Preis und so. Das ist halt wieder Geschmackssache. Wo ich sage, nein, Rage ist in den Start und will nicht auf so einen Teller haben. Was sagst du hierzu? Rage ist wirklich ein Scheiß. Hast du vielleicht schon einen am Teller? Nein, hast du nicht. Nein, klar. Ich könnte mich nicht erinnern. Nein. Was sagst du denn, Gab? Der ist halt schon gut, ne? Ich finde generell, das ist sehr cool. Das finde ich noch viel besser. Boah. Ist das nicht das gleiche Studio, was dein Goldwatcher? Wette eh, ja. Schon, gell? Mhm. Aber da gibt es nur ein Garp jetzt, oder was? Oder ist er da? Nein, ich glaube, es ist nur der Garp, ne? Da steht auch noch Monkey, die Garp. Du kriegst nur ein Garp. Each Brotenz, wo es... Ich glaube, du kriegst einen in der Variante mit dem Kopf und mit dem Kopf. Ja, aber da wolltest du mal auswählen. Nein. Ich glaube, du kriegst beide Köpfe. Steht jetzt auch nichts dabei. Also gehe ich davon aus, dass wir beide Köpfe da sind, dass ich beide Köpfe kriege. Ja. Du kannst ja auch nur eine Version auswählen. 91 Dollar, den finde ich aber echt cool. Muss ich euch sagen. Er ist schon lustig. Er ist super mit seinem Gesicht. Schauen wir uns den Ruffy an. Ein Punk Hazard Ruffy. Kann man runtergehen, ist besser zu schauen, ist größer. Boah. Ist halt wieder so ein Teller, ne? Ja. Aber der ist sogar ein bisschen cool gemalt. Das macht nochmal einen Unterschied, finde ich. Den Schnee, finde ich, haben sie ganz gut hingekriegt. Also, von den Produktbildern her, der Schnee ist echt stark. Mhm. Halt, was mich da ein bisschen stört ist, dass das Gewand so glänzend ist. Mhm. Ja, aber das ist mal wieder ein anderer Ruffy. Finde ich auch ganz cool, dass wir mal für 91 Dollar, das sind so die Gäste. Was ist das? Äh, 23 mal 13 mal 10, das ist nicht groß. Was? Free Gift? Oh! Octagon Base. Wow, danke, dass ich eine Base gratis dazukriege. Ja. Ähm, dann können wir da noch ein bisschen weiterschauen, ne? Was hätten wir denn? Die hatten wir schon. Ah, das war's. Das war's. Wir sind durch. Vielen Dank fürs Dranbleiben bis zum Schluss. Ja, ich sag, es war sicherlich wieder für an jeden irgendwas dabei. Ich fand, diesmal war es sehr One Piece-lastig. War viel One Piece. Stimmt. Oder? Boas ohne Ende. Die zweite Boa hat mir sehr gut gefallen. Ja. Die sitzen da auf der Schlange. Sollmann. Sonst muss ich aber sagen, nein, es waren eben da die Computerspielcharaktere. Mhm. Das habe ich recht cool gefunden. Ja, waren jetzt keine Überaufreger dabei, würde ich jetzt behaupten. Also es waren schöne Sachen dabei, so wie die Klemur-Statue von Figurama. Mhm. Ich fand auch den Kidua in dem Diorama sehr cool. Boah, der war mega. Ja. Also es war jetzt nichts dabei, wo ich sag, das brauche ich unbedingt. Außer die Ange anscheinend. Naja, da war ja was. Hast du schon bestellt. Du schlagst, mein... Nein, es ist einfach ein bloß Problem auch. Ja. Und dadurch, dass ich jetzt zu Hause angefangen habe, selber zu drucken, schalte ich sowieso den Gang runter. Erstmal. Mal schauen, was ich denn alles so drucke. Weil vielleicht finde ich meine... Ja, wenn die scheiße sind, dann kauf ich wahrscheinlich eher wieder. Aber ich denke doch, dass das was werden kann. Ja, muss man aber probieren. So ist es. Machen gut. Nein, sonst der Aki war auch noch sehr, sehr geil. Mhm. Der war gut, ja. Aber das, was wir jetzt alles aufgezählt haben, Großteil ist alles so Riesengeräte. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, halte ich mich ein bisschen zurück. Ja. Ich habe zwar noch Platz für ungefähr drei, vier große Proppen. Okay. Hat er? Äh, nur ich bin jetzt heute ein bisschen vorsichtig geworden. Weil das muss dann wirklich was sein, wo ich sage, so, ich brauche das. Ich muss das in meinem Leben haben. Man muss sich mal auch von etwas abwenden können und nicht kaufen. Ja, richtig. Darum habe ich ja die Lucy nicht gekauft. Sehr brav. Ich hätte gesagt, nicht vergessen, nächste Woche Sonntag ist dann unser Convention Video. Wer uns gerne auf der Convention findet, kann uns gerne anquatschen. Würden wir uns sehr freuen drüber. Genau. Und solltest du nicht auf der Convention sein, dann schalt auf jeden Fall am Sonntag das Video ein. Weil sonst verpasst du es ja. Dann flink ich blöd, ne? Und, naja, mehr habe ich nichts zu sagen. Wie gesagt, was die Convention angeht, das Special Video nachher, das wird sehr, sehr interessant, glaube ich. Sofern wir es durchführen können, aber das sehen wir dann erst. Also, wie auch immer, ja. Also, noch nicht darauf versteifen, aber da könnte was Cooles kommen. Ja. Und falls jetzt wieder die Frage auftaucht, wenn du in einer Roomtour kommt Ende des Jahres. Ist absolut richtig. Und, falls eine Frage kommt, mit einem Livestream kommt auch nächsten Monat. Nächsten Monat geht schon rund bei dir. Nächsten Monat, ja. Boah. Dann, wenn ich da die ganze Verkabelung und so weiter fertig habe, dann werde ich auch mal den Twitch-Livestream einschalten. und ein bisschen was bemalen oder drucken oder wie auch immer. Und wenn ihr da Fragen zu habt, dann könnt ihr gerne vorbeikommen und euch das gerne anschauen. Und natürlich ein Prime-Sub dalassen, weil der kostet nämlich nichts. Na schlecht. Der hat schon ein bisschen Werbung gemacht. So sieht es nämlich aus. Warte, ich hätte gesagt, viel Spaß am Sonntag mit dem Unboxing. Sonntag? Ah, unsere erste Attack on Titan-Statung. Ja? Unsere erste Attack on Titan-Statung. Ist ja so, ja. Ja. Ist ja, schöne. Ja, also viel Spaß und bitte einschalten. Ja, und jetzt hören wir auf, jetzt müssen wir noch ein paar Unboxings drehen. Genau, es ist eh schon halb sechs bald. Boah. Boah. Ja dann, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. You're up. 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 You're up.